Auf dem Wasser ist Steffi Kriegerstein zu Hause. Die 23-Jährige ist Kanutin. Ihr Bruder hat sie auf den Sport aufmerksam gemacht. Das fing damals ganz klein an. Wir waren wirklich eine kleine, verrückte Truppe. 2009 war ich das erste Mal in der Junioren-Nationalmannschaft. Ich bin dort Weltmeisterin im K2 geworden. Und so mein größter Erfolg ist letztes Jahr in der Saison 2015. Bin ich damals dann auch im K2 über 1000 Meter Weltmeisterin geworden. Hinter diesen sportlichen Erfolgen steckt natürlich viel Disziplin und harte Arbeit. Ich trainiere fast jeden Tag in der Woche außer Sonntag. Das Training beginnt 7.15 Uhr. Das ist meistens Ausdauertraining auf dem Wasser. Um 9 Uhr geht es dann weiter mit Krafttraining. Um 15 Uhr geht es dann wieder aufs Wasser. Und die letzte Einheit sind verschiedene Dehnungsübungen, nochmal Sensortraining oder in der Runde laufen. Ob Yoga, Inlineskaten oder Radfahren, auch in ihrer Freizeit ist Steffi sportlich unterwegs. In meiner Freizeit versuche ich schon viel mit meiner Familie und meinen Freunden zu machen. Und ich versuche mir wirklich explizit in meinen Pausen, die wenige Zeit, die ich habe, auch wirklich mit meinen Freunden zu verbringen, abzuschalten, mal was Neues auszuprobieren. Sportlich hat sich Steffi große Ziele gesteckt. Nach vielen Erfolgen auf Juniorenebene will die 23-Jährige jetzt richtig angreifen. Mein nächstes großes Ziel ist die Olympiade in diesem Jahr in Rio. Das ist auch prinzipiell der einzige große Höhepunkt, den ich dieses Jahr erreichen kann. Aber Steffi hat nicht nur sportliche Ziele. Seit letztem Jahr studiert sie Medienmanagement an der Hochschule in Midweida. Neben dem Sport möchte ich natürlich dann mein Studium so gut wie möglich absolvieren und da auch wirklich was schaffen, weil vom Kanu-Rennsport allein kann man nicht leben und man braucht schon was für die Zukunft. Trotzdem bleibt der Kanu-Sport ihre große Leidenschaft. Das Besondere am Kanu-Sport ist einfach die Ruhe, die man hat. Also man selber geht halt früh aus Wasser und gerade wenn keiner da ist, hat man wirklich dieses spiegelglatte Wasser, die Natur um einen drum herum. Wie wahrscheinlich wo andere im Malen sah, ihre Passion sehen. Das ist einfach wie so eine Meditation. Wie es bei Steffi privat und sportlich weitergeht, darauf dürft ihr gespannt sein.